So Leute, auf geht's zur nächsten Aufgabe. Tägliche hätte ich fast geklickt. Ich meine natürlich wöchentliche. Pflanze Realitätssetzlinge oder rufe sie herbei, indem du Realitätssaatkörner nutzt. Meine Güte, das ist ja wie im Biologieunterricht hier mittlerweile. Drei Stück an der Zahl, also Pflanze Setzlinge oder rufe sie herbei. Ich bin schwer gespannt. Also das Ganze funktioniert hier an diesem Realitätsbaum. Wie heißt eigentlich der Point nochmal? Ja, okay, Reality Faults, alles klar, das ist es. Und hier müssen wir mal so ein bisschen schauen. Ich habe es ja, wie gesagt, selber auch noch nicht gemacht. Das ist für mich neu, ihr seht es ja. Gucken wir mal, ob wir da noch was abkriegen. Ich sehe da unten schon was. Ich würde es euch sonst auch einfach auch mal zeigen. Selbst wenn ich jetzt nur einen hinkriege oder euch das nur zeigen kann, dann wisst ihr ja auch Bescheid. Das sind so kleine leuchtende Dinger. Guck mal hier, das hier zum Beispiel. Ja, so sieht es aus. Das mache ich jetzt einfach kaputt. Zack. Und jetzt diese Dinger, die hier rauskommen, die musst du einsammeln. Ja, wo ist das jetzt hier gelandet, das Ding? Achso, hat er automatisch die jetzt gesetzt? Darauf habe ich gar nicht... Hier, die müsst ihr einsammeln. Alter, die fliegen hier auch so komisch. Krieg den gar nicht. Und dann schmeißt du den irgendwo hin. Und hier siehst du, dann hast du diesen Setzling irgendwie am Start. Hier ist jetzt noch einer. Hau ich jetzt hier hin. Das wäre jetzt der zweite. Und der dritte, guck mal, ich markiere euch den nochmal, dann seht ihr das. Realitätssaatkörner. Ganz wilde Nummer hier schon wieder. Und den hauen wir hier hin. Und damit haben wir die Aufgabe auch erfüllt. So schaut das aus. Guck mal auf der Minimap. Sehr, sehr coole Geschichte. Ich markiere es euch auch gerne nochmal. Hier ist das Ganze zu finden gewesen. Relativ simpel. Aber, ähm, was ist das hier? Achso, dann kannst du das dann kaputt schlagen. Aha, okay, guck mal. Wenn du das dann kaputt machst, dann kriegst du da auch so ein bisschen Loot. So sehe ich das. Aha, verbrauchen. Ich weiß nicht, können wir mit dem jetzt hier noch was anstellen? Nö, ich glaube, das war's. Okay, Leute, ich glaube, die Aufgabe ist jetzt erstmal... Ah, dein Setzling steht hier. Fühl mich hier ein bisschen so wie im Biologieunterricht. Ja, okay, guck mal. Jetzt wandern mich die wilden Menschen ab. Ich gehe aus der Nummer raus. Aber ihr wisst Bescheid, wo man es findet, wie das Ganze aussieht. Ihr kriegt das hin. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis gleich zum nächsten Video. Ciao, ciao.